So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ich fühle mich schon wieder genötigt, mal ein Statement abzugeben beziehungsweise einen Real Talk abzuhalten über die momentane Situation. Was ist denn gerade los? Warum geht es mir denn so schlecht? Warum brauche ich unbedingt jemanden zum Reden? Warum ertränke ich meinen Kummer und meine Sorgen in Alkohol? Warum wird der Kanal und der Inhalt immer ekliger? Das ist ja alles, was gerade im Raum rumfliegt und was so ist. Was ist überhaupt mit meiner Stimme? Was habe ich da schon wieder gemacht? Ich finde es schade, dass viele Leute halt einfach irgendwas sich zamspinnen und das dann aber als Fakten verkaufen wollen und andere beeinflussen wollen, obwohl eigentlich gar nichts ist. Seit gestern haben mich viele etliche Leute angeschrieben und gesagt, Ramses, was ist los? Erzähl mir alles. Komm, ich bin da für dich. Red mit mir, wenn dich was bedrückt. Red mit... Mich bedrückt nichts. Mich bedrückt nichts. Wenn ich das sage, dann ist das auch so. Mich bedrückt nichts. Mir geht es gut. Die Leute haben aber den Eindruck, hinter den Kameras, es ist alles, alles, alles kacke und er muss vor der Kamera immer so tun, als ob. Und eigentlich ist alles... Was ist denn alles? Jeder hat Phasen oder jeder hat Momente, die sind nicht super, da ist kein Sonnenschein. Ich hätte viele Gründe, mich in Alkohol zu ertränken gefühlt. Mache ich aber nicht. Könnt ihr mir auch glauben. Ich kann euch alles gerne erklären und aufzählen, warum gestern auch so war, wie gestern war. Auf der einen Seite liegt eine Person gerade im Sterben. Man weiß nicht, ob das wieder wird, ob das nicht mehr wird. Es ist auf jeden Fall total schrecklich, wenn es das jetzt war. Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Das bedeutet dir auch was. Du willst auch so gut wie möglich da sein. Aber deswegen ertränke ich meinen Kummer doch nicht in Alkohol. Das hat damit nichts zu tun. Mein Account wurde gesperrt. Ist nicht schön. Aber deswegen bin ich doch nicht deprimiert und ertränke meine Sorgen in Alkohol. Nein. Mein bester Freund hat mir nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Hat mich einfach vergessen. Ignoriert mich mit Absicht. Wir haben einfach keinen Kontakt. Er hat andere Menschen gefunden. Ich weiß es nicht. Ist alles nicht schön. Aber mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Meine Stimme ist kaputt. Meine Stimme ist weg. Von mir in das Moos-Konzert wahrscheinlich. Es war laut. Es war schwitzig. Es war heiß. Es war brutal. Ich habe da mitgegrillt, mitgesungen, mitgemacht. Total. Mir geht es gut. Das ist alles nichts Schlimmes. Das ist auch nichts... Ey, ich brauche unbedingt jemanden zu reden, weil ich halte das nicht mehr aus oder so. Nein. Was haben wir noch? Du kannst alles nehmen. Du kannst alles aufzählen. Ich habe die Pokémon-Karten bestellt. Diese Mewtwo-Elite-Trainer-Box. Alle geben an mit ihren Karten und packen die aus und sonst was. Ich habe einen immer noch nicht bekommen. Wir können dich gleich anfangen zu heulen und meinen Kummer in Alkohol ertränken. Aber wozu? Mir geht es gut. Die kommen halt irgendwann an und dann packe ich die halt aus, wenn ich die auspacken kann. Selbst wenn es jetzt klingelt und die kriege ich jetzt, hätte ich gar keine Zeit, jetzt die auszupacken. Oder die Nacht. Der Adi hat die Nacht in der Küche den Katzenstreusack irgendwie zerschlitzt. Jetzt ist das ganze Katzenstreu da rausgelaufen und die Küche sieht aus. Da muss man gleich wieder zur Flasche greifen und sich umschießen. Nee, warum? Mir geht es doch gut. Das sind doch alles normale Dinge und alles. Und es gehört zum Leben dazu. Alles. Leute kommen, Leute gehen. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Man muss sich verabschieden, hin und her, sonst was, bla bla bla. Aber dass ich gestern nicht in der Lage war zu streamen, lag einfach nur daran, dass ich einfach jeden Tag arbeite. Für mich ist der Kanal Arbeit. Der Kanal ist Arbeit. Das ist meine Arbeit. Da steckt so viel Zeit und Dings drin. Ich habe theoretisch keine Freizeit. Weil in meiner Freizeit ich ja schon wieder neue Projekte habe, neue Videos drehe, neue Sachen mache und alles, was ich mache, im Prinzip ja immer Film und Fest halte. Die letzte Zeit war halt ziemlich stressig. Es war das Go-Fest Berlin. Es war sehr anstrengend. Es war richtig brutal. Es hat geschlaucht. Nach dem Go-Fest war Kästor direkt da. Das waren wieder neue Erfahrungen hin und her. Da haben wir auch das mit dem Soeströming gemacht, was richtig eklig war. Da haben wir tausendjährige Eier nochmal gemacht. Wir haben die Goldene Meile da nochmal gemacht, weil das ein Ziel war, weil Hannes und Kästor das auch mal machen wollten. Das sind alles so Projekte. Das ist nicht mein Alltag. Bei mir läuft das immer so ab. Das ist ein Projekt auf einer Liste. Der möchte das mal machen, der möchte das mal machen, der möchte das mal machen und fertig und hin und her. Das sind alles Projekte und das sind alles Videos und das sind alles Sachen, die dann kommen und die auch für euch gemacht werden zur Unterhaltung. Nach Kästor ging es dann direkt weiter. Dann war wieder München dran, weil ich mich ja mit Zangel getroffen habe. Auch wieder. Wir gucken Zangel am Montag. Ich nehme Kontakt auf zu Zangel. Wir gehen da hin. Wir drehen ein Video mit Zangel. Es war auch richtig heiß, richtig warm. Ja, man hat auch mal ein Bierchen getrunken nebenbei, ganz gesellig. Hat dann diese scharfen Sachen probiert und gegessen, die sich auch total dann auf den Magen geschlagen haben. Du auch wieder körperlich Probleme hattest. Den ganzen Tag dann auf der Toilette verbracht hast, hin und her, sonst wie. Aber du hast es für deine Arbeit gemacht und es ist wieder ein Video, was dann entsteht. Es ist trotzdem dieses Format, was da Zangel ist, scharfe Sachen mit Gästen. Dann bist du, also nächsten Tag, noch in München aufs Konzert gerannt. Bis dahin hast du da was gemacht. Bis den Tag nach dem Konzert, wo du total fertig mit der Welt warst, das auch 50 Grad in diesem Club waren, fährst du heim, kommst an, dann ist Thomas schon da, dann fahr dir nach Hessberg, weil du hast Geburtstag, ja. Ich habe Geburtstag. Du kommst von dem einen Ding zum nächsten Ding, hin und her. Ich habe am ganzen Geburtstag kein einziges Bier getrunken. Die Leute immer so, ja, betreib es nicht so. Und, ah, beim Ramses, wer weiß, wie das wieder abgeht. Nö, ich musste ja mit dem Auto rausfahren und ich musste ja mit den Leuten wieder reinfahren abends, weil wir haben ja hier bei mir geschlafen, also. Welcher heftige, stark Alkoholiker schafft es denn an seinem Geburtstag, seinem eigenen Geburtstag mit seinen eigenen Gästen, sich nicht komplett umzuschießen? Warum konnte ich denn einfach da raus und konnte dann gemütlich den Tag verbringen und dann wieder rein und den nächsten Tag noch C-Day und C-Day auch wieder im Kreis gerannt, in der Hitze, den ganzen Tag hin und her, alles. Uh, mein Kopf, ah, hin und her. Thomas ist gefahren, Hannes war da, dann war Montag und Montag war der allerletzte Tag, wo Hannes da war. Weil er jetzt am Dienstag ja gegangen ist, weil er einen Termin hat und weil ich ja morgen dann auch nicht da bin, am Mittwoch, weil ich selbst den ganzen Tag weg bin und eine OP begleiten muss und uns ist nur Montag geblieben. Genau nur dieser Montag. Und wir hatten noch was geplant. Wir haben beim letzten Mal, weil wir immer so Mars getestet haben, gesagt, wir wollen mal eine Pfeffi-Mars testen und wir wollen mal eine Gletscher-Mars testen. Wenn wir mehr Zeit hätten, dann ist das auch alles nicht so schlimm, aber wir hatten keine Zeit bisher, in der Zeit, wo Hannes jetzt mit da war oder wo ich bei ihm, wir hätten das nicht machen können. Wir hatten nur Montag diesen einen Tag Zeit und wir sind dann immer so zielstrebig, dass wir möglichst viele Sachen abfilmen wollen, weil man weiß ja nicht, wann sieht man sich das nächste Mal? Wann siehst du dich das nächste Mal? Siehst du dich überhaupt nochmal? Nicht, dass irgendjemand plötzlich, den gibt es dann nicht mehr oder sonst was oder keine Ahnung. Also haben wir natürlich frühes gleich das mit der Pfeffi-Mars gemacht, haben das getestet und das ist ja wirklich, es gibt Leute, die gehen halt los frühs und kaufen sich da drei Flaschen Schnaps, setzen sich im Park, schießen die sich rein und dann ist das Dach gerettet. Wir machen das für die Arbeit, wir machen das als Video, wir machen das, wir wollen dieses Tasting machen, das mal ausprobieren und das ist dann eben so. Ja, im Endeffekt sitzen da zwei Typen und trinken Alkohol, aber das machst du da einmal für das Video, das ist doch nicht der Alltag. Wenn Hannes weg ist, teste ich keine Mars. Die teste ich mit Hannes, wenn Hannes da ist und wir machen das dann zusammen und du hast eben nur diesen einen Tag und dann wollten wir die Gletschermars testen, wir sind den ganzen Tag durch die Stadt gerannt, denn es gab im Rewe kein Gletscherwasser mehr, was eine Limonade ist von Schwarzbacher. Wir sind zum Edeka gerannt, wir sind da hoch, wir wollten zum anderen Rewe, wir wollten zum Sackgasser, wir wollten zum Normal, wir haben den ganzen Tag den Mist gesucht. Es gab es nicht mehr, ich soll mittlerweile bei der Brauerei Schwarzbacher anrufen, ob die diese Limonade noch herstellen. Wir sind also in der prallen Hitze da rumgelaufen, nach unserer Pfeffi Mars schon, mussten umdenken, dann eine Blackout Mars, weil das ist noch eine, die auch noch offen war, die wollten wir eigentlich gar nicht machen, wir wollten ja die Eigenkreation, aber ich habe gesagt, komm, dann dreh mal zweites Video, mach mal noch die Blackout Mars, sind dafür noch schnell einkaufen gegangen, haben die noch zurecht gemacht, sitzt wieder in der prallen Hitze, wir testen die jetzt mal hier kurz, zack. Und das hat halt dann reingehauen. Das hat halt reingehauen, weil da auch natürlich andere Sachen mit drin sind und weil es natürlich so mega warm war und irgendwann war uns so heiß, einfach nur, wir haben gesagt, komm, wir gehen, wir wollen uns einfach nur abkühlen, wir gehen jetzt da zum Brunnen, haben uns dann in diesen Brunnen, wie ihr da seht, Badehose angezogen, sind da reigen und in dem Moment, als wir uns in diesen Brunnen gesetzt haben, das war der beste Moment in den ganzen vergangenen Wochen. Dieses einfach nur in diesem kühlen, nass sitzen, der Körper komplett eingetaucht, du hast dich schwere losgefühlt, du hast deine Beine ausgestreckt, das war Entspannung pur. Aber selbst da haben wir wieder gearbeitet. Erstens hatten wir immer noch diese komische Blackout-Maß dabei, die mittlerweile schon die ganze Zeit auf dem Brunnen gestanden hat in der prallen Sonne und kochen heiß war, wir die aber noch ausgetrunken haben und alles, haben wir zwischendurch, als wir die Hosen geholt haben, gesagt, Hannes, du hast mir damals dieses D-Max-Bier mitgebracht, diese zwei Dosen D-Max-Bier, diese Special Editions, wenn wir in den Brunnen gehen, wollen wir im Brunnen gleich ein Bier-Tasting davon noch machen. Wenn du einmal da bist, nehmen wir das auch noch mit auf, es sind ja nur zwei Bier, sonst was, jetzt hängst du also in den Brunnen total weggetreten, dann machst du noch dieses Bier-Tasting, testest noch diese Dose und das hat sich halt irgendwann natürlich bemerkbar gemacht, dass so den Liter davon, den Liter davon, die unter der prallen Sonne, die pralle Hitze, alles hin und her, du hast dich eigentlich gut gefühlt, sonst was, dann kommt noch einer angelaufen, ah hier, was macht ihr denn da, sonst was, hat nochmal zwei Bier dabei, ja, komm, wollen wir noch ein Bierchen, sonst wie, dann fügt sich eins zum anderen und dann ist es im Endeffekt so, dass du irgendwann halt da hängst und aus der Situation heraus, es ist irgendwie mehr geworden, als es sein sollte, es hat alles länger gedauert, als es sein sollte, es ist alles nicht nach Plan gelaufen, aber du hast diesen Moment genossen, einfach mit dem guten Hannes, deine Videos abzudrehen, Haken auf die Liste zu machen, gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir, aber trotzdem irgendwie kurz mal das Gefühl zu haben, dass du die Beine gerade hochgelegt hast und kurz einfach mal entspannen konntest und immer wieder haben wir die Leute gefragt, wie spät ist es, wie spät ist es, immer wenn jemand vorbeikam, hey, hast du mal eine Uhrzeit, weil ich immer im Hinterkopf hatte, 20 Uhr ist der Stream, 21 Uhr ist die Verlosung, alle Leute warten drauf, dass die Verlosung ist, jeder normale Mensch hätte gesagt, Hannes, das ist jetzt der letzte Tag, ich sag den Stream ab, wir machen heute einfach uns nochmal einen gemütlichen, ne, fertig, aber der Ramses kann das nicht, der Ramses kann nicht loslassen, der Ramses kann nicht abschalten, der Ramses, der steckt voll da drin, in seinem Element und in der Arbeit, wir testen die fürs Video, wir testen das fürs Video, wenn du willst, können wir noch das machen, ja, ja, kein Problem, mach mal alles, und dann habt ihr halt eine gute Zeit, und das ist halt voll chillig, aber es ist gleichzeitig trotzdem meine Arbeit, in dem Sinne, die ich da mache, und Videos, die gleichzeitig entstehen, und immer wieder fragst du, und hast immer noch das im Kopf, und dann kommst du irgendwann hier an, und hast auch nichts weiter gegessen, dann, und die pralle Sonne wieder auf dem Kopf, sitzt du hier und denkst, nein, ich muss noch die Verlosung machen, und dann stellen die dir hier Brezeln hin, und weiß wirst du, und du sagst, was sind das jetzt für Pimmel hier, du die Pimmel weg, soll ich mir die jetzt in den Arsch stecken, oder was, und dann sitzt du da, und laberst einfach nur noch Mist, aber bist voll, du weißt ganz genau, das musst du noch machen, die warten da drauf, das ist wichtig, du kannst nicht einfach die Leute vor den Kopf stoßen, und so egoistisch sein, und dir sagen, nee, ich habe keine Lust, wir machen das ein anderes Mal, du willst ja niemanden hängen lassen, du willst es ja trotzdem, also es passt, und das ist einfach zu viel, da übernimmst du dich, weil du nicht loslassen kannst, ja, es wäre besser gewesen, das zu verschieben, und abzusagen, es hätten viele sicherlich verstanden, und gesagt, kein Problem, habt eine gute Zeit, aber habe ich nicht gemacht, aber als die Leute gesehen haben, hu, eigentlich ist er ja gar nicht mehr, bei, bei Sinnen, ne, deswegen, aber das hatte alles noch nichts mit Frust zu tun, das war doch kein Frust, saufen, oder, dass man gerade irgendwie deprimiert ist, und Probleme hat, und jetzt jemanden zum Reden braucht, und irgendwie sonst was, das ist halt einfach, die Arbeit gewesen, und dann kam eins zum anderen, weil man einfach immer keine Zeit hat, und dann immer alles so viel machen muss, ist vielleicht nicht die beste Lösung, ist vielleicht auch nicht so gesund, soll ja auch keiner nachmachen, aber, es hat nichts mit Frust zu tun, das hat nichts mit Frust zu tun, das war gesellig, und das, wir haben Spaß gehabt, und es war dann halt einfach, so viel, was zusammenkam, da, die, das, das, das in der Sonne stehende, Gesöff-Zeugs alles, und das war ja so eine große, Masse, und dann selber in der Sonne rumhängen, und ich vertrag das einfach nicht, und Hannes ist jetzt weg, und der Alltag kehrt wieder ein, und wer mich kennt, der weiß, dass ich zwei Bier in der Woche trinke, und zwar immer genau am Montagabend, bei Chill mit Ramses, da trinke ich zwei Bier, ansonsten trinke ich die ganze Woche nichts, kein Schnaps, kein Dekör, kein Wein, kein Sekt, kein Bier, also verstehe ich nicht, wieso die Leute sagen, ja, du brauchst dringend Hilfe, und, ja, du musst mit uns reden, man merkt doch, dass irgendwas ist, oder dass Jörg in letzter Zeit so rumspinnt, ich verstehe es ja auch nicht, aber Jörg hat irgendwie damit angefangen, es ist widerwärtig, und abartig, was aus dem Kanal geworden ist, und Hannes tut ihm leid, ich verstehe nicht, wo Hannes, warum tut Hannes denn leid, Hannes fühlt sich voll wohl, Hannes hat jedes Mal den Spaß seines Lebens, sagt er, Hannes geht zurück, und kommt in seinen Trott wieder rein, Hannes verlässt hier die, geht zur Tür hier raus, und ich bin in meinem Trott wieder drin, trotzdem, trinke ich nicht den ganzen Tag, und schütte mir die Birne zu, vor lauter Einsamkeit und Depression, nö, ich habe ja den Kanal, ich habe ja den Kanal, und ich habe ja euch, und ich habe die Videos, und ich bin am schneiden, ich bin am exportieren, ich bin am machen, ich bin am testen, aber das gehört auch dazu, das ist mein Kanal eben, und Hannes ist nicht mein Kumpel, der mich immer besucht, Hannes ist ein Zuschauer gewesen, der mich mal besucht hat, und wir deswegen Kumpels geworden sind, und es gibt viele Leute, die sagen, sie würden einen auch gerne mal besuchen, und es gibt viele Leute, wie Marc, und Schenaya, und Pierre, und sonst wie, die ich auch nur durch den Kanal, und die Community kennengelernt habe, und die trotzdem, einen auch besucht haben, und auch öfters besuchen wollen würden, und auch mal bei solchen Projekten dabei sind, in so Videos vorkommen, heißt das automatisch, die haben alle ein Alkoholproblem, und sind asozial, und haben ihr Leben nicht unter Kontrolle, ist das so, ich weiß nicht, warum man da so einen extrem falschen Eindruck hat, Jörg hat immer gesagt, die Streams und die Videos, das sind schön entspannt, dann als Ausklang zum Alltag hin und her, von einem Tag auf den anderen hieß es, ekelhaft, ich kann mir den Ramses seine Sachen nicht mehr angucken, und er hat mir bis heute nicht gesagt, warum, er sagt nur, Bubsi tut ihm leid, dass sie das alles mitmachen muss, und Hannes tut ihm leid, weil ich kein Freund bin, und irgendwie lauter dummes Gelaber, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ich weiß nicht, was ist, ich habe auch zu ihm gesagt, er hat wohl den Eindruck, dass das jeden Tag so abläuft, er guckt sich ein Video an, von der goldenen Meile, die Community sagt, wir wollen mal gucken, wie ihr euch angestellt habt, und wow, das, das hätte ich nicht geschafft, oder so weit zu kommen noch, und überhaupt, und überhaupt hier, und überhaupt da, und dann ist für mich das ein Projekt, und dann ist das vorbei, und dann war es das, und dann gehe ich nicht den nächsten Tag los, und mache das wieder, und wieder, und wieder, und wieder, für mich ist das, immer was Besonderes, ein besonderer Anlass, und eine Aufgabe, und ein Ziel, was man sich setzt, dass man gucken will, dass man das erreicht, und den perfekten Lauf schafft, aber bei Jörg sieht es so aus, als würde ich das jeden Tag machen, alleine, als würde ich jeden Tag alleine da sitzen, dann würde meine 20 Bier in mich reinkippen, und würde dann hier rumfliegen, dann könnte ich gar nicht so oft streamen, dann könnte ich gar nicht so viele Videos machen, wenn ich doch ständig nur besoffen wäre, und durch die Videos seht ihr ja, wann ich was esse, und wann ich was trinke, und wann ich besoffen bin, und an diesem Montag, ja, es war dann einfach zu viel, dass der Tag sich so gezogen hat, man auch wegen der einen Maß, überall rumrennen musste, und dann nichts gefunden hat, das war nicht perfekt, dann das Biertasting noch mit dazu, wir haben schon andere Biertastings gemacht, die Leute haben immer eigentlich einen Spaß gehabt, und fanden das recht unterhaltsam, wir haben das gemacht, für das Video, und fertig, ohne würde ich das nicht so machen, was nicht heißt, dass ich mich verstelle, aber dass es einfach heißt, man hat trotzdem irgendwie, wahrscheinlich einen falschen Eindruck, wenn man die Videos sieht, wie bei Matt Stoney, bei Matt Stoney sagen die Leute auch, warum ist der so dünn, wenn der immer so viel frisst, bei dem kommt vielleicht einmal im Monat ein Video, und ansonsten ernährt er sich ganz strikt und gesund, und legt viel Wert auf alles mögliche, aber für ein Video, setzt er sich Challenges, macht Herausforderungen, will ein Projekt auf die Beine stellen, ich bin nicht mit Stoney, aber man kann das trotzdem irgendwo vergleichen, wenn ich sage, okay, Goldene Meile ist ein Ding, das ist ein Projekt, das man macht, weil die wollten das mal probieren, die wollen das mal machen, okay, wir probieren das mal zusammen, mal gucken, kann man es schaffen, das ist einfach nur dann, an diesem Tag, dieses Ding, und nicht, ja, das ist bei ihm Alltag, das ist jeden Tag so, es ist leider nicht, und es tut mir halt leid, dass die Leute dann den Eindruck haben, dass es einem so mega schlecht geht, und man da irgendwie jemanden braucht, unbedingt zum Reden, ich weiß nicht, über was ich reden soll, letzten Zeit auch wieder einer gesagt, ja, kannst mit mir reden, und da ging es glaube ich um Alba, der Alba auch die ganze Zeit, ja, nee, kannst ruhig mit mir reden, ich habe gesagt, nö, es gibt nichts zu reden, ist doch alles gut, ach, ich habe gedacht, du vertraust mir, hätte wirklich gedacht, dass du dich mir gegenüber öffnest, und, aber wenn, ich kann dich ja nicht dazu zwingen, und ich muss wieder sagen, Alba, es ist alles okay, es gibt nichts zum Reden, ich kann dir erzählen, was ich heute alles gemacht habe, und dass ich da drauf warte, und dass ich mich da drauf freue, naja, ich merke schon, du willst nicht reden, und ich denke, hä, warum, was ist denn, es gibt doch nichts zu reden, es ist doch alles normal, solange ich nicht früh aufstehe, und das Verlangen habe, mir was reinzuschießen, und ich fange an zu zittern, ich brauche jetzt Schnaps und Bier, und sonst was, finde ich, ist das noch okay, es sieht in den Videos immer so brutal aus, es sieht so heftig aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da ein Problem habe, oder dass ich da Hilfe brauche, oder dass ich da irgendwie, äh, Probleme habe, die ich versuche wegzutrinken, wenn man halt in so einer geselligen Runde ist, ja, dann kann es sein, dass es dann in dem Moment mehr wird, als man eigentlich jetzt, als Ziel hatte, aber, es ist in dem Moment, wenn es dann läuft, dann läuft es mal, aber es ist nicht so, dass, dass es laufen muss, und dass es ohne nicht geht, ich würde schon sagen, dass es ohne geht, sonst könnte ich nicht die ganze Woche aushalten, und nur am Montag meine zwei Bier trinken, die ich ja dann auch nur trinke, weil wir eine kleine gesellige Runde sind im Stream, und viele, die den Montagabend eben mit einem Bierchen, nehmen, so wie er kommt, und dann macht man das auch, das ist in Gesellschaft, das ist nicht alleine trinken, ich würde mich nicht hierher setzen, würde abends Fernsehen gucken, und mir da zehn Bier reinschießen, das machen viele, aber so viele Leute machen das, und die sagen auch, sie haben kein Problem, das ist vollkommen normal bei denen, und bei mir wird es als Problem abgestempelt, gut, weil man es bei mir sieht, aber halt dann in dem Video, was aber für das Video doch so ist, nicht verstellen, aber man macht das so als Projekt, wenn ich andere Leute sehe, bei denen ist jedes Wochenende gleich, jedes Wochenende Party, Disco, sonst was, Filmriss hier, Filmriss da, Ahoa, und das ist jedes Wochenende, oder manche sogar jeden Tag, bei mir kommt das auch vor, ja, dass ich dann, nicht mehr alles weiß, und mal einen Filmriss habe, aber halt, vielleicht bei solchen Projekten, die halt für mich, anstrengend sind, und dann auch so, boah, da brauche ich aber Zeit, um mich zu erholen, dann bin ich ja froh, dass jetzt erstmal, Feierabend ist, es wird sicherlich dann, auch wieder mal, eine Meile geben, weil der perfekte Lauf ist noch nicht da, aber ich habe doch selber gar keinen Bock, jeden Tag das so zu machen, die ich aber manchmal nicht mal Bock, am Montag die zwei Bier zu trinken, muss mich schon manchmal dazu zwingen, was jetzt auch wieder blöd klingt, er zwingt sich dazu, die Bier zu trinken, also, es tut mir leid, dass das gestern so gelaufen ist, ich hätte einfach sagen sollen, ja, das Stream fällt aus, das wäre vernünftig gewesen, mir war es aber so verdammt wichtig, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass am Montag die Auslosung stattfindet, egal wie es mir geht, egal was ich mache, egal was los ist, ich wollte niemanden enttäuschen, dadurch stehe ich jetzt erst recht bescheuert da, aber es hatte seine Gründe, wir hatten wieder einfach keine Zeit, es sind wieder nur ein paar Tage gewesen, wir haben so viel vorgehabt, so viele Projekte, dann machst du alles an einem Tag, dann schlaucht das, und dann schlaucht das wirklich extrem, und jetzt ist jeder wieder in seinem Leben zurück, und das war es, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich sitze jetzt jeden Tag wieder zu Hause und starre an die Wand, und langweile mich oder lenke mich ab mit meinen Sachen, die ich dann schneide, weil ich ja genügend Material jetzt habe, und am Wochenende, meine Wochenende verbringe ich nicht irgendwo, in irgendwelchen Discos oder Kneipen, am Wochenende ist meine Freundin da, und ich habe die Zeit mit ihr am Samstag, und wir gucken Wrestling, und am Sonntag ist meine Mutter da, dass wir einmal in der Woche uns auch sehen, und da was machen zusammen, und ansonsten in der Woche habe ich euch, und bin für euch da, und ihr für mich, obwohl ich ja Samstag, Sonntag auch für euch da bin, und ihr für mich, also, und das ist doch das, was ich brauche, das ist das, was ich brauche, und das ist das, was ich mache, und ich sehe nicht, dass was anders ist als sonst, es war jetzt halt viel in letzter Zeit, dadurch, dass erst die goldene Meile war, und dann noch das mit dem Zange, das auch trotzdem anstrengend war, und das mit dem Go-Fest, und Berlin, und fahren, und reisen, und machen, und tun, und Geburtstag, und hin und her, aber es wird auch wieder ruhiger, und dann fehlt vielleicht auch was, weil man denkt, hm, das wäre jetzt cool, aber, dann ist es halt so, man muss die Feste feiern, wie sie kommen, oder so, könnte man sagen, vielleicht, und wenn Hannes jetzt da war, und wir haben das so gemacht, haben wir das halt so gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass, dass es uns schlecht geht, oder wir halt armselige Kreaturen sind, wir hatten Spaß, wir hatten eine gute Zeit, wieder danke für alles, danke für alles, und dann sitze ich wieder zu Hause, und ich weiß, das geht mir auch so, und dann sitzt du einfach wieder da, und dann genießt du die Zeit, und dann genießt du sie mal kurz, zu viel, und dann ist es schon wieder alles, alle reden, und alle sagen, oh, guck dir das an, ganz schlimm, ganz schlimm, sowas, ich kann ja verstehen, dass das nicht jeder gut findet, gerade so eine goldene Meile, dass man sagt, hm, sowas finde ich total dumm, und sinnlos, das ist euer gutes Recht, ihr müsst nicht alles gut finden, was man macht, aber für mich ist das, da steckt eine Faszination drin, gerade zu sehen, wie läuft die ab, weil jeder anders abläuft, und auch gerade zu sehen, wie ist es mit demjenigen, wie schlägt der sich, und Jörg hat ja auch gemeint, ich wäre so kamerageil, und bla, eigentlich ist sogar der Fokus, fast mehr immer auf die Gäste gelegt, als auf mich selber, gerade wenn jemand dann, erzählt und redet und macht, hm, hm, dass du siehst, wie verändert sich der, nach dem ersten Bier, nach dem zweiten Bier, nach dem dritten, nach dem vierten, ab wann ist der Blick glasig, und, hui, um was geht es eigentlich, und dann liegen die auf dem Boden da, und kugeln sich rum, und lachen sich einen ab, und das ist auch schön, ich sag nicht, macht das alle nach, das ist das beste Gefühl, was ihr haben könnt, aber jeder kennt das doch irgendwoher, jeder hat das vielleicht schon mal gehabt, und erlebt, oder Kollegen gesehen, und sonst was, ja, Alkohol ist schlecht, ist schädlich, deswegen ist ja auch meistens, sobald Alkohol ist, ein Warnhinweis davor auch, überlasst das uns, wir sind die Stuntman, aber ich finde trotzdem, wir haben das im Griff, ich habe noch nicht gesehen, dass hier, einer heimlich da, Hannes sagt dann auch nichts nach, oh, heute mal gemütlich, ne, nicht genau, alles gut, und dann ist was gemütlich, und dann vergehen Tage, da trinkst du nichts, und dann gibt es Tage, dann sagst du, okay, wir müssen noch ein paar, das und das und das noch machen, und dann ist das halt Arbeit, so blöd das klingt, es ist dann Arbeit, und jetzt habe ich so viel geredet, wer es bis hierhin geguckt hat, oder ganz geguckt hat, könnt ihr mal Hashtag machen, das Leben ist kein Ponyhof, oder so, und dann weiß ich, okay, die haben es ganz geguckt, wahrscheinlich habe ich auch 50 Mal, das gleiche gesagt, aber es waren halt jetzt schon wieder, so viele Gerüchte im Umlauf, oder irgendwelche Sachen, bei den Menschen in den Köpfen, schon allein dieses, ja, siehste, wir haben es doch gewusst, dass wenn Kesto kommt, dass alles eskaliert, und alles kacke wird, Kesto ist gar nicht mehr da gewesen, Kesto ist schon lange nicht mehr da, es hat nichts mit Kesto zu tun, aber die Leute sind dann so, da drauf gepicht, wir müssen ja jemandem die Schuld geben, man muss eigentlich niemandem die Schuld geben, für nichts, wir sind selbst verantwortlich, für das, was wir tun, ich bin blöd, weil ich daran festgehalten habe, die Auflösung unbedingt noch, die Auslösung machen zu wollen, ich hätte einfach sagen müssen, ach komm, den Stream nachher sage ich ab, und wir haben alle Zeit der Welt, aber es war so fest hier drin, immer zu, wie spät ist es, wie spät ist es, hast du mal eine Uhrzeit, was, 18 Uhr, ja gut, ist noch ein bisschen Zeit, 18 Uhr, was, 19 Uhr, aaaaaah, das ist nicht sinnvoll, nee, da muss man halt, ich muss halt lernen loszulassen, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, äh, naja, dass das alles Quatsch ist, und alles dumm ist, und alles scheiße, das muss nicht jeden Tag sein, wir brauchen einfach mehr Zeit, und wenn wir mehr Zeit haben, und das Verteil da ist, dann ist das auch nicht immer so schlimm, und vor allem, wenn es nicht so warm ist, am besten, wir gehen im Winter, im Winter, wenn es schneit, und wenn alles vereist ist, gehen wir in den Brunnen, und testen dann die Gletschermassen, dann ist das das Beste, was wir machen können, da sind wir bestimmt dann auch fit, das Leben ist kein Ponyhof, ansonsten war es das von meiner Seite aus, versuche das jetzt hier 15 Uhr noch schnell hochzuladen, und dann heute Abend Raids für Zuschauer, 18 bis 23 Uhr, mal gucken, ob was los ist, und ich habe heute noch so viel zu tun, ich muss noch was schneiden, noch was aufnehmen, ich muss die ganzen Pakete vom Geburtstag noch auspacken, gucken, wer da was geschickt hat, Dankeschön dafür nochmal natürlich an alle, die da auch gratuliert haben, und die einem was geschickt, oder geschenkt haben, und, ja, Raider Mittwoch eben, heute Abend, nach dem Streamen, alles noch, upscreenen, überall in die Nachrichten reingucken, die Leute haben meistens auch keine Geduld, die werden dann merken, ah, Dienstag geht er immer auf die Gespräche, und guckt sich alles an, und dann alles vorbereiten, und dann morgen früh schon wieder in Meiningen sein, und dann nach Suhl, und dann den ganzen Tag da rum, und alles, und da umdrücken, dass alles passt, und alles gut geht, und, ja, aber mir geht's gut, mir geht's gut, mein Hals tut weh, meine Stimme ist weg, mir ist ein bisschen schlecht, hab ein bisschen Durchfall, wie immer, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Wurst gemacht habe, bei mir ist immer einfach nur noch, psch, durch alles mögliche, ja, dieses ganze scharfe Essen immer zu hin und her, aber mir geht's gut, das könnt ihr mir glauben, mir geht's gut, es geht mir gut, ja, geht's euch gut, schreibt's mal rein, mir geht's gut, mir geht's gut, so, hört auf euch Sorgen zu machen, ihr wisst, ich bin ein offenes Buch, wenn's mir schlecht geht, dann sag ich euch das, dann mach ich ein Video drüber, ein Heu rum, dann mach ich ein Video, das heißt dann nicht, mir geht's gut, sondern mir geht's schlecht, und mach ein weinendes Gesicht dahinter, hab ich doch beim letzten Mal auch gemacht, als es mir schlecht ging, also glaubt mir doch jetzt, dass es mir gut geht, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, so, super, super Stimme, peace out, vorhaut, euer Ramses, das Leben ist kein Ponyhof, oder kein Zuckerschlecken, mir geht's gut, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist prinases,